Das Erdenreich ist in Gefahr. Die Gefahr ist direkt vor dir. Ist dem so? Das war nichts Besonderes. Das war nichts Besonderes. Das war nichts Besonderes. Das war nichts Besonderes. Jax wins. Jax wins. Brutality. Jax wins. Brutality. Jax wins. Nach Shinnocks Fall bat der verwundete Johnny Cage Jax, ihn als Anführer seiner Truppe zu vertreten. Jax willigte ein. Es gab ihm die Chance, Zeit mit Jackie zu verbringen und sie zu beschützen. Als das Team sich auf den Rückweg von einer Routine-Mission machte, wurden Jax schlimmste Befürchtungen wahr, als der Söldner Aaron Black aus dem Frachtraum sprang und auf die jungen Helden feuerte. Doch Jackie und ihre Gefährten hatten Glück. Denn Jax konnte dank seiner schnellen Reflexe und kugelsicheren Arme die Geschosse des Assassinen abwehren. Schnell bezwang er Black. Doch dann begann sich ein roter Fleck auf seiner Brust auszubreiten. Mostjöring sind ein zweiteres Malone 미국. Lohr aus dem Frachtraum.